So, jetzt, hi hallo, ich bin der Sascha, Philipp ist auf dem Start. Wir wollen euch heute ein kurzes Warm-up zeigen, dass ihr sowohl eine Runde machen könnt, zwei Runden oder auch drei Runden, wenn ihr Bock habt, auch vier Runden. Habt ihr ein schönes Ganzkörpertraining. Dieses Warm-up könnt ihr immer mit, bevor ihr den Technikteil dann eben macht, eben vorher machen. Ich zeige euch mal kurz, welche Übungen das sind. Wir haben einmal die Übung, den Sit-up zehnmal. Wir zeigen gleich noch mal alles, was das ist. Der Push-up, den Squat, die Burpees, der Superman, die Lunches und zum Schluss dann noch mal Jumping Jack. Eigentlich alles zehnmal bis auf die Jumping Jacks, da haben wir dann 50 mal. Und da könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das ein, zwei, drei, vier oder fünfmal machen wollt, wie ihr Lust habt. Ihr könnt es auch zum Einzeltraining nehmen, wenn ihr einfach nur ein bisschen Kraftausdauer machen wollt. Ansonsten könnt ihr dann auf unserer Homepage und auch im YouTube-Kanal die einzelnen Technikparts, wie Stockabwehr, wie Grifflösetechniken oder Rewehrfassen, einzeln runterladen, damit ihr dann auch einzelne Techniken trainieren könnt. Und wir werden dann auch noch separate Videos machen für Schlag-Tritt-Techniken. Ja, das war es erst mal. Dann zeigen wir euch erst mal, welche Übungen. Der Philipp zeigt es mal kurz. Die erste Übung wäre der Sit-up. Jawohl. Die zweite Übung wäre dann ein Push-up, ein Liegestütz. Dann haben wir die Kniebeuge bzw. den Squat. Und dann haben wir ein Burpee. Jawohl. Dann haben wir den Superman. Kannst gleich unten bleiben. Arme gestreckt, Beine und auf und ab. Jawohl. Und wir haben dann die Ausfallschritte, die Lunches. Da machen wir dann immer 10 pro Seite. Und dann noch die Jumping Jack. Das werden dann 50. Okay? Gut. Wir werden das kurz für euch einmal durchmachen. Ihr könnt dann direkt schon mitmachen und könnt dann eben selber entscheiden, wie viel Runden wir davon machen. Wir fangen an. Mit den Sit-ups. Okay. Und dauernd. Ganz hell. Okay. Gut. Und dann die Liegestütz. Dann die Kniebeugen. Die Squat. Dann die beliebten Burpees. Du darfst kein Alp machen. Das ist so, Mann. Dann die Außerschritte. Zehn pro Seite. Okay. Und dann haben wir die Zeck 50. Okay. Gut. Das war jetzt eine Runde. Und wie gesagt, wir können selber entscheiden, wie viele Runden ihr macht. Das war das Formal.